ich liebe freunde und willkommen zu einer neuen folge von let's play league of legends top lane mit doktor mundo arius habe ich mir nicht bekommen und ja wir so kurz gut so wir spielen gegen kamel ja wir wissen ist krass mal gucken wie sie mit elektrisieren gespielt wird da bin ich ja sehr gespannt drauf ob sie da mehr schaden macht oder weniger als mit mit wie bei mir der komet ja und im jahre haben die in gragas ich habe nichts in der mitte und karlistan fresh perfektes duo dann haben wir also mich auf der top plane in einem jungle die evelyn akali und tristana und blitzkrieg bot lane akali damit einmal gucken wie es so wird karl lässt sich auf jeden fall richtig krass geil hinten ist schon mal dass es abgeht kam ja kam es so eine sache ja mal schon mit kamel gespielt das heißt ich weiß auch wie viel der menschen drücken kann hat einen gewissen punkt das ist ein beim nächsten mal am vouz fahrrad ich liebe das beinahle ich liebe das beinahle es ist ich liebe das ich liebe das nutzt du mal deine tränke geworden weil gerade das scheiße wenn gerade so irgendwie gemacht hat er mit level 2 mit dem jump und alles drum und dran das ist so schön Oh fuck, und ihm geht auch wirklich die Party ab. Nein. Oh Gott. Gott sei Dank. Warum treffe ich das Pfeil nicht? Ist eher die Frage. Will ich verarschen. Etze. Etze. Lass mal sein. Hold the might. Kann auf jeden Fall gut unter den Tower. Kann mir das noch nicht leisten. Oh. Okay. Okay. Jetzt muss ich back. So. Ne. Geben wir wieder. Ganz entspannt. Toplane. Ein. Und wir haben nichts verpasst. Und ich schmeiße ihn gleich alles runter. Ja. Was wollte ich denn sagen. Für euch zur Erklärung. Ähm. Ich werde höchstwahrscheinlich wenn ich mit Mundo durch bin. Äh. dann natürlich Echo nehmen glaube ich kommt dann als nächstes. Ähm. Und. Ja. Da ist dann so die Sache. Das ich höchstwahrscheinlich dann wieder auf Darius umwechseln werde. Wenn ich ihn spielen kann. Bis er Level 3 ist. Das habe ich mir fest vorgenommen. Für die manchen die sich fragen. Warum hat er eigentlich nicht Show Guard gespielt. Ja. Mit Show Guard bin ich schon. Äh. Level 3. Glaub ich schon. Sogar Level 4. Er hat mir gesagt. Jut. Okay. Spiel ich nicht mehr mit dem. Kamil war. Äh. Vor. 3. 4 Games. Was ist jetzt? Spiel ich um eine Lampe an. Oh nein. Okay. Ging gerade in mein Zimmer eine Lampe an. Die ich nicht kannte. Haha. Ist auch immer sehr. Sehr gut. Du bist tot. Okay. Das war ein sehr gutes Stopp-Bunch. Oh. Sind wir FK? Ist sowas von egal. Das ist nochmal Rank. Rank gibt's äh. Keine Sachen auf Verluste hier. Tut mir leid. Ist mir sowas von egal. Oh. Raus hier. Da hab ich den Dings wieder eigentlich. Hals hier. Es geht. Jetzt. Tja. Lass hier wohl. Okay. Tut mir leid. Die ist hier hin und her. Besorgt von egal. Naja. Kommt hier einfach wieder her. Und dann. Ist einfach RIP so. Darauf lass ich mich überhaupt nicht mehr ein. Kann mir das alles gestohlen bleiben. Ne. Halt. Falsche Schuhe. Werd mir gleich ein Mercury spawnen. Gegen das Team definitiv. Werd doch oben jetzt einfach weiter pushen. So. Weil mich hält keiner auf. Außer vielleicht der Jungler. Und die macht auf jeden Fall gut Damage. Und die macht auf jeden Fall gut Damage. Tja. Das ist die Dings für FK. Okay. Tug mir leid für das Gän. Das ist der Rap-Buff da. Oh nein, der Ripper hat der Rat gemacht. Ist das ja egal, was die da machen. Ich will zumindest, dass ich so weiter pushen werde. Hier einen richtig sanigen... Aua. Aua. Na schon, jetzt alle aufgegeben. Und so krass, dass die mich hier um einmal weiter pushen lassen. Wunder ist da. 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 Das war's für heute. Ja, läuft richtig gut, wa? Ne, die werden eh surrender ab 15. Wird er gern schon in den Mitteln? Ja. 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 Ja, gut. Mondo ist da. Und das ist so wunderbar. Und wir verlieren, wenn wir das richtig verlieren. Ich würde so weinen, ey. Wir gegen 5 und wir verlieren das. Ich hab noch kein TP ready. Ja, geh bitte auf. Läuft! Wir machen keine dummen Sachen, Alter. Geklaut. Ach, ne. Halt. Geklaut. Hahahaha. Oh, oben kommt ne schöne Wave, Alter. Geklaut. Geklaut. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö schön feuer feuer und fertig ja sagt die kamel wohl wurde war wahrscheinlich von budi gesagt ja du musst aufhören du darfst nicht mehr leuchten ach ja die tage hatte ich früher auch die sind immer schön nur gemacht das war nein nein oh der dodge dodge ah 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 Das war's für heute. Okay, geh mal ganz kurz back. Ey, lass mich jetzt endlich back hier, das ist doch unfair. Ja. Ey crap hätte sitzen müssen. Können wir nicht Herold bitte machen? Ja. So. Geh, komm wieder durch, oder? Den halt nicht. Dafür lasst du Geh. Oh, Camille ist wieder da. Ja. 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 Ich habe einen Schraken, ich habe einen Schraken. Könnt ihr die bitte töten? Dankeschön SPRING! 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 Oh halt, halt, nicht zweimal geistig Ich hab mir jetzt einfach ne Warmung, weil ich so fett bin Ich muss nicht erträumen Ich bin ja nicht so arsch langsam Oh, das ist richtig schöne Farm Ich bin ja nicht mehr Unter Lugens Willen, er ist mega, pushen wir um weiter. Nee, ist 30 rum weg. Jetzt wird nur 3 weg. 2 rumbleiben. Kamille ist schneller. Ach, Scheiße. Nee, ist mir ein zu großer Mosch-Pöt hier. Mist. Klaut. Aua! Aua! Ahaha! George is so helly easy. Ah, hier. Da. Den da. Sonne ist weg. Jetzt weg. Wir gehen hier kein erhöhtes Risiko ein. Wir gehen da. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Das weiß ich nicht, wenn ich das fressen wollte. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hol mir noch ein Damage-Item. Just for the Lord's Derax oder sowas. Oder? Was könnte ich mir denn für ein Damage-Item holen? Na, bla, bla. Amundo geht nur auf Leben, außer der W. Da hol' ich mir das hier. Bringt nicht so viel, dass ich da jetzt reingehe. Schade. Schade. Das war's für heute. Fuck, wir sollen das nicht hin. Okay. 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 Cap should be the ulti. There's only a door of ulti up. Okay. 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 Oh nein, Alter. Oh shit. Der Yield einfach nur. Ready time. Muss wieder wechseln. Muss hier hinten irgendwie reward hinkriegen. Fuck, Alter. Wollen wir einen schönen Top laufen. Wenn ich oben bin, habe ich eh wieder Ulti. Oh, jetzt pipi langsam. Die sind einfach schneller in ihrer Form, ja. Hm, vielleicht wird mir das jetzt so verhängen, dass ich es nicht habe. Mal, Alter. Also, jetzt oben. Warum das jetzt noch nicht? Oh, jetzt bin ich hier. Das war's für heute. Die haben das Wort nicht gesehen. Das war's für heute. 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 Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüss. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.